Hallo Leute, ich begrüße euch wieder zu Mars Warlocks. Wir haben jetzt noch folgendes vor uns und zwar müssen wir mit Jay sprechen und wir müssen den Mutanten finden, der letztes Mal eine der Wachen angegriffen hat, damit wir eine passende Ablenkung haben für unsere Flucht. Hört sich einfach an, aber... Gucken wir mal, äh, Jay... Ja, ich meine, der wäre doch in der Bar gewesen. Aber meine Erinnerung kann mich auch trügen. Denn ich mache ja auch Pausen zwischen den Aufnahmen. Na, als ich hier nicht seitlich runter kann, finde ich ein bisschen blöd. Äh... So... Äh... Okay... Da hätte ich reingemusst. Genau. Sag mir, Jay... Ich würde sagen, es ist eine hypothetische Frage. Also, dann... Hypothetically speaking, ich werde dir sagen. Wenn jemand, der nicht du, natürlich, wollte, in der Cistern, er hätte einen offensiv aus dem Boss, oder er hätte geteilt zwei Meter aus der Entrance. Und wenn dieser Person da da nicht zu gehen, ist es... ...un-officiell? Dann gibt es nur eine Art Weg. Gehen durch die Muschrom-Field und durch einen Pack von diesen fucking Moles. Geh ein paar Balls. Natürlich, er hätte auch eine Karte. Die Art, die nur die Guards auf der Sentry Post haben. Verstehen wie die Entrennung wurde seit der Infestation geöffnet. Also, diese Person muss einen Verständnis zu finden. Wie Bob, zum Beispiel. Danke für die Tipps. Alles nur Hypothetical, natürlich. Du musst gehen. Bis zum nächsten Mal. Klammern. Wache. So, wollen wir dich hier? Nö, ich bin wieder... Bin wieder auf dem Holzweg. Ja, hilft nix. So, bevor wir jetzt zu viel laufen... Ja, doch, da war es richtig. Da waren unsere Freunde. Die da immer noch liegen. So, wo ist Joe? Da ist Joe. Einmal jetzt mal ein bisschen. Das ist doch nicht Joe. Ist hier ein Joe? Oh. Langsam müsste ich mir mal anschauen. Was ich mit dem ganzen Zeug machen kann. Was willst du? Was willst du? Es gibt eine verdammte Kräfte in diesem Ort. Wir versuchen nicht, sie zu confiscieren? Es sind viel zu viele, um nichts zu tun zu tun. Du kannst jede kleine Tübe oder Spiegel in ein paar Minuten drehen. So. We just ignore them. And you get this straight. If your prisoners made trouble, our own toys would calm things down fast. Okay. Dann macht sich da weniger Sorgen. Sit in there long? Where did the most come from? You know, this camp used to be a water well. And those bugs can smell water from miles away. It draws them. And they go around the facilities for the humidity. And if we don't chase them away, they end up piercing the conduits. Hm, das macht Sinn. Your boss? You know him well? The Technomancer Sean? Sorry prisoner, but I'd rather not talk about that. He's not the kind of guy who's into gossip. That man looks really scary. Well, all the Technomancers are scary, actually. No matter where you find them. Hm. Show me what you have to sell. Okay. No. Also, wie ich das richtig verstehe, habe ich dieses hier. Ja, das ist jetzt eine leichte Verbesserung, aber... Nee. Nee. Ich habe echt bessere Klamotten an. Okay. Hm. Puh. Also. Eigentlich nichts, das ich gern hätte. Das ist jetzt etwas verwunderlich. Ich muss... Das sind halt die Aufgaben. Das ist natürlich... Das ist natürlich... Die... Die... Größte Aufgabe. Boah-Bereich... Den rebellierenden Mutanten... Finden und... Äh... Diesen Schlüssel für das Pilzfeld bekommen. Aber von wem kann ich das bekommen? Moment, ich schaue nochmal... Wegen der Geschäfte. Show me what you have to sell. Vielleicht finde ich was für den Mechaniker, weil der war ja auch relativ nett. Aber Metallschrott und Hardware habe ich selbst. Nee. Das ist es leider nicht. Ich mache das jetzt mal, obwohl das eigentlich eher in der Arsch ist. Äh... Ah, das hat mir viel gebracht. Auf die Map gucken, da kann ich nicht... Lang, oder? Da hinten ist noch ein kleiner... Nein, kann ich nicht. Was war hier nochmal? Ach, du liebe Zeit. So. Wääh? Und weg. Oh... Nein, nein, nein! Er lädt da seinen komischen Angriff auf. Jetzt... Müssen wir ihn doch eigentlich... Ja, gleich haben. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Ich denke... Es sieht aus, wie sie etwas haben. Könnte es eine Epidemie sein? Was, wenn es um Menschen zu Menschen zu vermitteln wird? Nur als ich dachte, dass dieses Ort nicht noch schlimmer werden könnte. Es ist. Es gibt immer mehr Grund, um zu finden, was wir über diese Krankheit zu finden. Ich weiß jetzt nicht, ob es clever ist, Sachen von dem Hund, der infiziert ist, an sich zu nehmen, aber ich mache das trotzdem. Jetzt haben wir doch... Jetzt haben wir doch... Was ist das? Ja... Einfach mal die Aussicht genießen. Ja, ich... Kann ich nochmal mit ihm quatschen? Ja, ich... Kann ich nochmal mit ihm quatschen? Ja... Also, der scheint ja... Auch... Positiver... Auf uns zu sprechen zu sein. Weil wir ihm geholfen haben. So, ich muss mal ganz kurz mich orientieren. Äh... Wir sind hier... Vielleicht sollte ich da mal hingehen. Hinter mir ist noch ein Raum. Ja... Ein Heilungspaket. Sehr gut. Das... Können wir brauchen. Nun für das. Nichts zu tun zu tun. Es hat mir nur ein Hebel verdient. Okay. Also, hier war der Hund. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir gucken mal... Da vorne nach... Rechts und dann links halten. Alles klar. Das ist echt gemütlich hier. Ah, hier sind die ganzen... Ich sag mal... Mutanten zusammengefercht. Stain... Ich sag mal... Ja... Ich sag mal... Ich sag mal... Ich sag mal... Aber wir haben keine Wahl. Wir werden ihn nicht betrachten. Wir werden ihn nicht betrachten. Vielleicht... Vielleicht... Ja... Vielleicht wenn man genug auf ihn einredet... was... Das ist halt ein... Okay... Das ist halt ein... Das ist irgendwie... Wir sind nicht so gut in dieser camp... Wir sind viel verletzt. Wir wissen nicht was zu tun. Es ist sehr hart. Wir sind immer immer so verletzt. Wir arbeiten schlecht. Wir waren immer so schlecht. Und wir wissen nicht was zu tun. Ah, die können auch nicht vernünftig sprechen. Hm, Scum, der hat doch schon einen Vertrauen erweckenden Namen. Und er klingt nicht so ängstlich. Das ist richtig und er weiß ziemlich viel für einen Dust. Er weiß Sachen, die in dem Täter vorgegangen sein müssen, was seine Beweggründe waren. Das ist ja schon einigermaßen verdächtig. Und seine Intelligenz, die er anscheinend hat, macht ihn ja zu dem idealen Führer. Ich bin jetzt mal sehr direkt. Du bist derjenige, die die Schmerzen hat, oder? Warum hast du gefragt? Hm. So, ich glaube, es gibt noch einen Grund, um den Faktor zu schützen. Was sollst du mit diesem Wissen machen, Mann? Nein. Ja. Aha. Alles klar, da kommt unser alter Kollege, der Mechaniker, ins Spiel. Wunderbar, ich finde, dafür, dass ich eine etwas längere Marspause gemacht habe, war dieser Teil eigentlich recht ergeblich. Also wir sind schon weitergekommen, was die Quests angeht und ich denke, ich weiß, wo ich als nächstes hin muss und das werde ich auch direkt in Angriff nehmen, im nächsten Teil von Mars Warlocks. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis dahin, macht's gut.